heute habe ich mal ein weniger lustiges thema und zwar sind wieder auf dem markt kaufeln mit zigaretten die zigarettenindustrie legt wieder los die kinder dazu zu zwingen oder zu bewegen cool zu sein aus der verpackung sind auch die ganzen warnen weise rauchen macht die zähne gelbend krank kaum mit korn macht die zähne strahlend heiß zu meiner zeit war es cool zu rauchen heute ist denke ich mal cooler mich zu rauchen das ist das erste das ist so bekannt eigentlich das weniger lustige sind jetzt diese dinge hier so vitamin e zigaretten für kinder mit vitamin mit keine ahnung tut man in die kommentare mal ein bild posten und hochladen könnt ihr mal sehen was dann gemeint ist ja acht mal hier aufs ende schmeckt nachdem ja hier ist mandarine wir wollen jetzt dagegen mal vorgehen und eine petition machen ja unterschreiben die petition dass wir dagegen sind dass die nächste generation rauchfrei und e-zigaretten oder shisha frei herangehen alle wo die politiker schreiben bekommen von uns eine woche kostenlosen probetraining bei uns geschenkt hält uns bitte zusammen sind wir stark vielen dank